Hallo und willkommen. Heute stelle ich dir die Linie Color Brilliance vor. Hast du gefärbtes Haar und möchtest gerne wieder mehr Glanz, mehr Leuchtkraft für deine Haare haben, dann haben wir die perfekte Linie für dich. Vor allem haben wir bei der Color Brilliance Linie die Möglichkeit, das Haar wieder aufzubauen und deinen Farbschutz und Haltbarkeit zu verlängern. Zum einen haben wir das Color Brilliance Shampoo. Mit dem Shampoo kannst du ganz normal die Kopfhut und die Haare reinigen. Damit natürlich den perfekten Aufbau der Struktur und den Schutz hast, haben wir die Maske. Unsere Color Brilliance Mask ist aufbauend, gibt wieder sehr viel Glanz im Haar und die kannst du aufs feuchte Haar, also aufs Handtuch trockene Haar nehmen und drei bis fünf Minuten einwirken lassen. Dann haben wir, damit du die perfekte Versiegelung machen und die Schuppenschicht wieder schliessen kannst, haben wir unseren Conditioner. Der Conditioner ist deine Tagespflege für deine Haare. Das heisst, 1 bis maximal 3 Minuten aufs Handtuch trockene Haar einwirken lassen und dann gut ausspülen. Wenn du aber sagst, ich habe heute nicht so viel Zeit, haben wir auch die Möglichkeit, mit dem Color Brilliance Spray auch eine super Versiegelung für das Haar und den Farbschutz zu erzielen. Das heisst, wir haben die Möglichkeit, nach dem Reinigen den Spray ins feuchte Haar zu sprayen und dann durchzukommen und ganz normal mit dem Styling weiterzuführen. Ich hoffe, du hast dir ein paar Tipps holen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Du bist ein paar Tipps holen. Du bist ein paar Tipps holen, das du hast dir ein paar Tipps holen. Du bist ein paar Tipps holen.